Beste Grüße und einen wunderschönen Tag oder guten Abend, egal wo und wann du bist, aus Mammutla hier wieder im Hintergrund. Könnt ihr es sehen, wir sind heute wieder beim Fußballtraining und ich muss mich beeilen, bevor die Sonne untergeht, sonst seht ihr mich nicht mehr. Dementsprechend freue ich mich, dass ihr wieder reinschaut und natürlich für diejenigen, die mir schon länger folgen, hier auf YouTube, nochmal ganz kurz auch die Erinnerung, folgt mir gerne auch auf den Sozialen Medien, auf sämtlichen Sozialen Medien, alle Links in der Videobeschreibung unter diesem Video und dann wisst ihr natürlich auch, dass das Thema das ist, was die Menschheit zurzeit mega interessiert. Viele Menschen wollen einfach ihr eigenes Land, ihre Herkunft, ihr Heimatland sozusagen verlassen und ja, tatsächlich sogar auch Deutsche wollen Deutschland verlassen und Afrikaner wollen Afrika verlassen. Also es gibt alles. Auch Türken wollen die Türkei verlassen. Und was erhofft man sich aber? Was erhofft man sich? Man erhofft sich natürlich ein besseres Leben, ein stressfreieres Leben, vielleicht auch ein Leben mit mehr Geld. Aber wenn das so weitergeht, kann ich jetzt schon mal sagen, wird es für mehr und mehr Menschen und vielleicht bist du auch selber betroffen, in naher Zukunft wahrscheinlich unmöglich sein, auszuwandern. Ja, das hat verschiedene Gründe und ich möchte aber auf einen Aspekt darauf eingehen, der natürlich einer der Schlüsselpositionen spielt, in den Menschen ihren Leben. Ja, es ist natürlich das Geld. Du wirst nämlich irgendwann bald nicht mehr auswandern können, wenn du nicht gewisse Summen an Geld hast. Als wir nämlich damals ausgewandert sind, was haben wir ganz klar gemacht? Wir haben erstmal geguckt und natürlich auch die Länder verglichen, wie ist es mit der Einreise bzw. mit der Aufenthaltsbestimmung. Das bedeutet, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, dass ich in diesem jeweiligen Land leben darf und bleiben kann. Und nicht nur temporär für drei Monate oder für sechs Monate, so wie es in Mexiko zu unserem Zeitpunkt, als wir uns informiert hatten, war. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das bedeutet, du kannst für drei Monate oder sechs Monate dieses jeweilige Land bereisen, musst es aber dann wieder verlassen. Und das ist natürlich nicht wirklich auswandern. Und dementsprechend muss man sich informieren, welche Bedingungen muss ich erfüllen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Bedingungen. Ja, das ist wirklich individuell zu überprüfen. Deswegen, wenn du dich für die Türkei interessierst, dann ist es aktuell so, Stand 16.10., also vor circa einer Woche das Ganze, wurde es anscheinend öffentlich auch in den türkischen Nachrichten präsentiert sozusagen, dass wenn du eine Ike mithaben möchtest, sprich den türkischen Aufenthaltstitel, unabhängig von Herkunft, musst du eine Immobilie erwerben von circa 200.000 US-Dollar. Ab sofort soll das wohl Gesetz sein. Wenn du vorher ICAMET beantragt hast aufgrund einer Immobilie, dann bist du davon nicht unbedingt betroffen. Ja, im Detail kannst du aber auch alles in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Und diese 200.000 Dollar, die müssen auch per Gutachten sozusagen reflektiert werden, beziehungsweise dann natürlich auch mit einem Devisenkonto überwiesen werden. Das bedeutet, der US-Dollar-Wert wird dann in Tele gewechselt und am Tag des Tapus, am Tag der Urkunde, dass du quasi das Geld wechseln musst. Und das ist in der Regel auch alles gar kein Problem. Klappt immer wunderbar. Ja, aber das Problem ist ja eher, Alter, wo kriege ich jetzt 200.000 US-Dollar her? Ja, das kann man natürlich in Euro mal umrechnen. Ja, also dementsprechend 200.000 US-Dollar. Gerne selber ausrechnen, tagesaktuell, wie viel Tele beziehungsweise auch Euro das dann sind, damit natürlich auch hier ganz klar ist, was musst du an Geld zur Verfügung haben. Und da haben ja die meisten Menschen natürlich die großen Probleme, dass sie ja nicht annähernd an so ein Geld kommen. Und deswegen müssen wir natürlich auch hier was tun. Und zwar jeder Einzelne. Wenn du auswandern möchtest, musst du dir unabhängig natürlich eine Geldeinnahmequelle sichern. Und du darfst ja gerne mal dir selber ausrechnen, wie viele Jahre oder sogar Jahrzehnte es brauchen würde, bis du 200.000 US-Dollar zusammen hättest mit deiner jetzigen Verfassung. Das musst du natürlich nicht in die Kommentare reinschreiben. Aber auch hier bin ich natürlich gerne bereit, euch tatkräftig zu unterstützen in Bezug auf Online-Business aufbauen, beziehungsweise natürlich auch, wie man sich online aufstellt, damit man einfach unabhängig sich zusätzlich einfach jetzt schon eine Einnahmequelle sichern kann, was nebenbei einfach läuft. Und das ist doch eine richtig tolle Sache. Denn ein Online-Business oder egal, was für ein Business es ist, was du starten möchtest, wenn du starten möchtest, braucht Zeit. Und dementsprechend sollte man ja irgendwann mal anfangen. Ich habe heute erst die Nachricht bekommen, es ist zwar total kacke in Deutschland, mir gefällt das alles wirklich nicht mehr da, aber ich habe schulpflichtige Kinder und ich brauche noch ungefähr zehn Jahre. Aber in zehn Jahren bin ich dann ausgewandert. Alter, in zehn Jahren wird sich so viel verändert haben, dass du diesen Planeten nicht wiedererkennst. Das kann ich schon mal grob sagen. Und auch Alanya wird in zehn Jahren ganz anders aussehen als heutzutage im Jahr 2023. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt ins Handeln zu kommen. Nicht zu warten in zehn Jahren oder auch noch schlimmer. Ich bin jetzt 30, so zum Beispiel, und ich warte, bis meine Rente kommt. Junge, Junge, bis du Rentner bist, wird es wahrscheinlich überhaupt gar keine Rente mehr geben. Beziehungsweise schau mal jetzt auf deinen Rentenzettel. Wenn du so weitermachst mit dem Rentenbescheid, den du jedes Jahr bekommst, bekommst du jedes Jahr ins Gesicht eine Watschen sozusagen, eine Klatsche, eine Ohrfeige als Wachmacher. Ey, wenn du so weitermachst, dann bist du am Arsch sozusagen. Wie viele Rentner gibt es, die aufgrund von gewissen Bedingungen ausgewandert sind, aber aufgrund der Finanzen wieder zurückkommen? Weil die Rente auch in dem Land, wo man jetzt lebt, zum Beispiel Thailand, Türkei oder auch Südafrika oder Portugal, Spanien. Junge, Mädels, das ist alles extrem teuer geworden. Es gibt so viele Beispiele, die ich jetzt hier erzählen könnte. Ich kenne eins unmittelbar direkt. Die sind seit vielen, vielen Jahren in der Türkei und die haben das erste Mal keine ICAMET-Verlängerung bekommen und die müssen jetzt wieder zurück, weil sie im Rentenalter natürlich in der Regel ja nicht mehr arbeiten und keine Einnahmequelle mehr haben, nur vom Staat sozusagen und dementsprechend total angewiesen sind und dementsprechend auch sich keine Immobilie für 200.000 oder allgemein 75.000, wie es bis vor kurzem auch war, leisten können. Und dementsprechend ist es so wichtig, Gas zu geben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und deswegen, auch hier freue ich mich natürlich, wenn ich irgendwie helfen kann und für diejenigen, die natürlich sagen, ja, ist mir egal, ich ziehe durch, das passt schon irgendwie so, ich mache ab und zu mal Urlaub, wird es wahrscheinlich, wenn du auf einem gewissen Film natürlich bist, auch vermutlich schwieriger sein, in Urlaub zu kommen. Denn es wird irgendwann vielleicht so sein, da darfst du gerne mal deine Meinung natürlich dazu reinschreiben, ich sage nur Stichwort 15 Minuten statt, was alles passieren kann, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, nicht nur finanziell in der Natur, sondern andere, damit du auch ausreisen kannst, ja, und sogar nur für deinen Urlaub. Und dementsprechend wird es sehr, sehr spannend, was in Zukunft alles auf uns zukommt. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und wenn du so weitermachst wie bisher, wird es voraussichtlich, ja, wenn du jetzt unzufrieden bist, genauso unzufrieden weitergehen, wenn du jetzt nicht ins Handeln kommst. Und deswegen freue ich mich natürlich, check alle Links ab. Ich habe kostenfreien Content, schau dir das alles gerne an. Alle Links in der Videobeschreibung, trag dich da ein, schau dir sämtliche Playlists an und mehr. Und wenn du natürlich Fragen hast, dann melde dich. Ich freue mich auf das nächste Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da, lass ein Kommentar da, lass ein Abo da und teil gerne den Kanal und dieses Video für mehr Reichweite. Vielen, vielen Dank für deine Aktivität. Ich freue mich auf das nächste Video. Beste Grüße, euer Markus aus Mammutla. Ich freue mich auf das Video.